so herzlich willkommen zu diesem video ich wollte eigentlich ein livestream machen aber da es nicht klappt kann ich jetzt nur ein video machen und es dann hochladen und ja ich hoffe ihr seid mir nicht böse aber es geht nicht ich komme nicht rein ins livestream deswegen jo also gut ich habe hier eine app runtergeladen wo die verlosung automatisch stattfindet also ich ziehe nicht selber sondern die app zieht sich die leute raus und wir sehen können sind es die leute die mitmachen ich für mal kurz die namen ihr werdet euch bestimmt wieder erkennen also die die mir auf jeden fall geschrieben haben und ja wie ihr sehen könnt hier verlosung waschpulver alle haben eine chance ich sehe die mich alle haben eine chance ein tickets gewinn chance von 1 und ja genau wir starten das dann mal also das geht jetzt auch ganz schnell also ich drücke jetzt auf ok und jetzt ist hier so ein hut und ich kann entweder das gerät schütteln oder ich nicht nur einen namen der erziehung machen also ich drücke auf diesen kopf so also gut dann fangen wir mal an ich hoffe ihr habt eure namen gesehen es machen neun leute mit und dann starten wir mal mit dem ersten werden ein waschpulver gewinnt und zwar zähle ich jetzt bis drei und dann drücke ich den knopf 1 2 und 3 so lieber cedric du hast ein waschpulver von mir bekommen herzlichen glückwunsch schreibt mir bitte auf meine nummer und ja melde dich bei mir genau der zweite wäre dann zähle ich noch mal bis drei 1 2 und 3 name der erziehung servan herzlichen glückwunsch du bist der zweite gewinner mit einem waschpulver ein kilo waschpulver kriegt ihr jeweils von mir so genau das war es dann mit der verlosung ich wollte das so gerne live machen aber irgendwie geht es nicht das hat mich so aufgeregt gerade also ja tut mir echt leid aber ich hoffe ihr seid nicht böse ich habe das jetzt auch hier auch live gemacht so gesehen aber ja gut also ich wünsche euch was und ja für die anderen die mitgemacht haben danke und tut mir leid es werden aber noch mehr für losungen kommen und ich hoffe ihr seid nicht traurig und euch beiden herzlichen glückwunsch meldet euch bei mir und ja wir sehen uns dann bis zum nächsten video